Auf einer Hölzmantur sitzt verkrallt im Gas in Köln und einem Schlüssel im Teil vom Maul. Entreiß ihm den Schlüssel und in der Sekunde bin ich erlöst und der Schatz ist daheim. Aber bedenke... Im Rahmen des Leher-Festivals 2019 brachte Komponist Christian Brandauer die symphonische Dichtung Oniweig im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl zur Uraufführung. Der im Ausseerland geborene Musiker, Komponist und Autor war an diesem Abend auch als Sprecher zu erleben. Das Werk wurde vom Franz-Leher-Orchester in großer Besetzung gespielt und wurde eigens für das Leher-Festival komponiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017